Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The JoeCraft. Ich weiß nicht ob ihr es mitbekommen habt, aber morgen beginnt ein ganz besonderes Projekt. Morgen beginnt Craft Attack X. Ab 11 Uhr sogar auch bei mir. Eines der größten deutschen Minecraft-Projekte, Craft Attack, findet zum 10. Mal als Jubiläum statt. Seit der 6. Staffel sind Janus, iOS 100 und ich dabei. Deshalb haben wir uns etwas ganz besonderes ausgedacht und möchten Craft Attack X in einem ganz besonderen Motto feiern. Liebe Abonnenten, besonders zu Beginn von Craft Attack X möchte ich gerne Gas geben und möchte auf jeden Fall zu 100% in diesem Projekt dabei sein. Das kann ich nur mit eurer Geduld, denn einige Videos werden leider pausiert werden müssen. Es wird einige Formate in kurzer Zeit nicht auf diesem YouTube-Kanal geben. Das heißt aber nicht, dass sie weg sind, sondern dass sie einfach nur wann anders fortgesetzt werden. Craft Attack X wird zum größten Teil live stattfinden. Wenn ihr es nicht verpassen möchtet, der erste Livestream findet auch bei mir schon morgen zum Mittag statt, allerdings auf Twitch. Ihr könnt kostenlos auf Twitch Livestreams gucken. Am besten nutzt ihr die Links in der Videobeschreibung oder ihr sucht einfach mal nach TheJoeCraft auf Twitch. Leute, Craft Attack 10 wird großartig. Die erste Folge beginnt morgen um 11 Uhr. Ihr solltet sie auf keinen Fall verpassen. Glaubt mir, ihr werdet sie lieben. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine gute Nacht und begrüße euch morgen zu Craft Attack X. Glauben sie heute früh zum Schluss. Paul